Komm wieder rein ins Feld So, das haben wir erledigt Äh, nee, wir haben uns noch nicht ganz erledigt, weil ich jetzt noch von irgendwo abgeballert werde Und zwar Nein, hört auf! Hört auf! Komisch Was war'n das jetzt schon wieder? Hm Wir werden jetzt erst mal gucken, was das so abgeschossen hat Aber wir werden mal schauen, wie war das hier weiter regeln Hm Ja Hm 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 Ich will jetzt nicht so wirklich Mal schauen, ob wir da irgendwie Den Turm vielleicht schlagen müssen Das an sich bringt uns jetzt auch nicht weiter Wir werden hier irgendwie durch Ein CD, die ich jetzt vielleicht noch hätte Ja, okay War das wohl ne richtige? Und jetzt gehen wir mal wieder da hin zum gelben Pfeil Yay! Wo sollen wir uns erst mal noch ein paar Zellbrunnen, dann haben wir bald fünf Leben Auch schön Hier ist noch eine Hier ist noch eine Oh, wir brauchen hier rummeckeln, komm, du hast noch eine Zellbrunnen, wie wir sehen Ich weiß, es gibt noch hier noch ein paar mehr Zellbrunnen, ich lass die mir vielleicht Für etwas andere Nein, ihr habt keinen Feind gesichtet Da habt ihr was falsch verstanden, glaub ich Hm Ja, jetzt Ah Warte, dann müssen wir was anderes regeln Aus Wort Lulu Art So Zellbrunnen, Pfeile, Ambrusdinger Und reden Viele von meiner Sippe wurden von Menschen fortgebracht Befreie die Gefangenen Vielleicht ist Lungoray bei ihnen Okay, wo ist er? RDA Basis Okay, geh Die Navi müssen befreit werden Yay, Navi Yay, Flops Kack drum Yay Mein PC ist scheiße Yay Und ich kaufe mir jetzt nächstes Jahr einen neuen Yay Weil ich vorher das Geld nicht habe Yay Ach Mensch, es gibt so viele Yays So Und ich glaube ja, das ist hier ein sehr schwieriges Map, sag ich jetzt mal Sehr schwieriges Map Nicht Deutsch Du Deutsch Türke Deutsch Alles Deutsch Deutsch Naja, wir wollen hier keine Witze über meine Nicht vorhandene Kenntnisse der deutschen Sprache machen Erstmal hier abhauen Und eine Zellprobe sammeln Und jetzt haben wir Immerhin schon mal viel leben Und schon wieder abhauen Weil wir sonst Irgendwie kurz am Kacken sind Weil sonst irgendwas Unbekanntes Oh, da ist ja noch so ein Ding Fuck Fuck Nein Ich hau doch schon wieder ab Ich hau doch schon wieder ab Lass mich doch Ich glaube mal mit dem Level habe ich auch so ein Ding rum Gebastelt Der Kahlschlag heißt das, Mensch. So, komm her, komm her, komm her. Ich hab so eine richtig geile Idee, Leute. Und ich werde jetzt wieder warten, bis sich das wieder aufgeladen hat und ich das wieder machen kann. Ansonsten fühle ich das Level echt ein bisschen schwer. Okay, durch den Zaun können sie nicht ballern. Ja, nein, ich kann nicht durch den Zaun ballern, aber die oder was. So. Hm. Hm. Wollen wir ein bisschen auf Angriff gehen? Nein, wir machen das nicht nochmal. Ja, ist eh egal. Ich bin mich erstmal wieder am Heilen. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Und die vier einmal. Ich lass mal die sich alle mal auf eine Stelle laufen. Wie können die Menschen auch so blöd sein? Und alle auf eine Stelle laufen, wenn sie mich nicht sehen. Ganz ehrlich, wer ist so blöd? Naja, die Menschen. Ja, nein. Komm her. Mann. Fick dich, äh. Arschloch. Okay, der muss jetzt treffen. Hi. Hallo. Kann sich gerendet. Kann sich auch gerendet. Haha. Ich bin euer Retter. Darf ihr euer Führer sein? Eurer Führer. Euer Führer in die Dunkelheit. Yay. Da hinten ist ne Tellprobe. Laufen wir dahin. Denn wir haben nur viel Leben. Das Land hört sich auch cool an, ja. So, und reden wir mal wieder. Moin. Das heißt mein Volk. Dafür stehe ich in deiner Schuld. Ja. Ich will leben, um die Schuld zurückzuzahlen. Lungare wurde von vielen gesehen. Er ist, wie sagt man, wo Menschen Steine hinbringen. Mine? Fabrik. Du musst Kriegstrupp machen. Die Krieger zu Fabrik bringen. Fabrik. Ich verstehe. Du sprichst meine Sprache besser als die meisten anderen. Ich war an Menschenschule. Vor dem Massaker war das Sprechen eurer Worte meine Leidenschaft. Jetzt ist der Kampf meine einzige Leidenschaft. Der, ich verkneif mir jetzt mit meinem Erkund, der Kampf. Ich sag einfach nur der Kampf. Ja, ich hab wieder was freigeschaltet und ich freu mich. Uluga. Uluga. Oder so. Oh, einiges an Dingern freige. Ja, mein Kampfstab wurde nochmal geupdootet. Goop. Goop darted. Set homo. Und den wir jetzt nicht zu verstehen müssten, man. Jim, let's play gucken. Ach, der sieht jetzt auch cool. Oh, ho, ho. Ja, guck mal her, du kleiner Bastard. Jetzt braucht er nicht rummelen. Ne, Bastard ist ein schlimmes Wort. Das ist ein Spiel, was ab 16 freigegeben ist. Da darf man auch mal ruhig Bastard sein. Fuck. Ey, du. Mh. Das ist schon fast mehr als ein Bastard. Come on up, du Bastard. Oh. Nein, Alter. Oh, wie er mich aufregt. Wo sind wir hin? Nein, nicht die nicht sein. Fern aus. Ja. So. Spezialattackmaus genutzt. Ach komm. Fickt euch da. Ihr seid viel zu viele um mich zu. So, tot. Treffen, treffen, treffen. Treffen wäre jetzt... Hilfreich. Nein, fuck. Abhauen wäre hilfreich. Wir holen uns wieder hier in unsere Nische, ey. Weil hier kommen sie ja nicht rein. Und hier ist wieder nur so ein verletzter Avatar. Ich nicht. Die verschwinden auf einmal, naja. So. Ey, du kleiner Hund. Warte, ich komm von hinten. Ja, komm von hinten. So. Gehen wir zum nächsten Fahrzeug. Er holen uns erstmal ein paar Zellproben. Weil ich hab Angst vor den Dingern. Ganz ehrlich. Ich hab richtig scheiß Angst vor den Dingern.